Inhaltsstoffe Almazet. Ich möchte dir kurz die Inhaltsstoffe von Almazet erklären. Ich habe mit Almazet über 10 Kilo abgenommen. Es hat super funktioniert und ich bin sehr zufrieden. Almazet kannst du überall in Apotheken kaufen, am einfachsten online direkt bei Amazon, zum Beispiel als 6er Pack. Einen Link habe ich unten in die Description gepackt. Almazet besteht aus wertvollen pflanzlichen und tierischen Proteinen. Die Almazet-Inhaltsstoffe helfen mit, Heißhungerattacken während der Diät zu verhindern. Der Blutzuckerspiegel steigt kaum an. Das ist sehr gut in einer Diät. Es wird wenig Insulin ausgeschüttet und damit die Fettverbrennung erhöht, ohne die Muskeln übermäßig abzubauen. Ansonsten ist in Almazet drin viele essentielle Aminosäuren, Vitamine. Und wenn du in der Powerphase mit Almazet bist und nur noch Almazet isst, dann solltest du auf jeden Fall pro Mahlzeit einen Löffel Soja oder Raps oder Walnussöl mit dazu mischen in den Shake. Und dann kann der Körper besser die Inhaltsstoffe aufspalten und aufnehmen. Im Almazet sind ungefähr 50% Soja-Eiweiß drin, 25% Honig, 23% Magermilch, Joghurtpulver, Vitamine C, Haferkleie, Vitamin E, B-Vitamine, Betin, Folsäure, Niakin, Vitamin A, Vitamin D3 und so weiter. Weitere Vitalstoffe, Kaliumchlorid, Magnesium, Citrat, Calcium, Citrat, Zinkoxid, Eisen, Fumarat, Magnesium, Sulfat und so weiter und so weiter und so weiter. Es sind keine Aromen drin, es sind keine Füllstoffe drin, es ist kein raffinierter Zucker drin, es sind keine Konservierungsstoffe drin. Ganz klar, also meine Einschätzung, gibt es besseres Eiweißpulver als Almazet? Wahrscheinlich. Gibt es Dinge, die in Almazet fehlen? Vielleicht. Aber schmeckt Almazet? Ist nur bedingt lecker. Ein Steak mit Pommes ist halt viel geiler. Aber meine persönliche Erfahrung ist, wenn wir mit Almazet abnehmen wollen, dann haben wir uns halt jahrelang die größte Essensscheiß reingezogen und dagegen ist eine Almazet-Diät einfach mal das Beste, was deinem Körper seit langem passiert ist. Auch wenn du mal ein oder zwei Wochen irgendwelche lebenswichtigen Stoffe weniger zu dir nimmst, die du vielleicht in irgendwelchen anderen Präparaten drin hättest, dann wird uns das überhaupt nicht umbringen. Und das Vermeiden von gutem Essen haben wir ja schon jahrelang überlebt. Insofern ist das eine unheimlich hypothetische Diskussion, die da geführt wird, ob Almazet irgendwie schlecht ist oder nicht gut ist oder sowas. Ganz ehrlich, was hast du denn die letzten Jahre gefressen? So war es jedenfalls bei mir. Almazet funktioniert, Almazet ist einfach, Almazet ist erfolgreich und es ist überall zu kaufen. Es stillt den Heißhunger, es hilft beim Abnehmen und das ist irgendwie die Wahrheit, die ich gefunden habe und das ist für mich eine sehr, sehr gute. Ich habe Almazet immer online gekauft bei Amazon. Link ist unten in der Description. Ich wünsche dir viel Spaß beim Abnehmen und wenn du dich ordentlich an das Rezept hältst von Almazet, dann wird das Abnehmen auf jeden Fall klappen. Viel Erfolg!